Krankenhaus des Maßregelvollzugs KMV Erste Abteilung für Forensische Psychiatrie Antrag Antragsteller Buhlmann Johannes Der Inhalt dieses Antrags wurde zuvor mit meiner Therapeutin, meinem Therapeuten besprochen. Ja und Nein. Antrag auf Gnedigstückgewährung einer Flasche Essigreiniger und Entkalker wie für die Kaffeemaschine eine Art Libidum zwecks Grund und der Heizungsreinigung des Stationsziegelsteinbodens. Ich versichere an Eidestadt, dass weder der Verwaltungsfachangestellte noch der regierende Paraphile derowegen an affektiver Verkalkung erkranken werden. Beklammern Sie müssen es ja nicht wissen. 2014